Heel aus der Bundeswehr! Heel aus der Bundeswehr! Mats, ihr wart eigentlich sehr gut drauf. Dann kam gezwungenermaßen die Länderspielpause und du hast gegen Bremen auch nur zugeschaut. Du hast es dir angesehen. Erstmal, wie habt ihr die Zeit genutzt und war es für dich gut, dass ihr jetzt vielleicht auch mal zwei Wochen ohne Spiel hatte, zumindest ein Teil der Mannschaft? Ja, in den zwei Wochen kannst du dann gut trainieren und das haben wir auch gemacht. Aber ich muss auch sagen, wie die Mannschaft gespielt hat gegen Bremen war richtig, richtig stark. Das war eine gute Leistung von allen und dann haben wir auch einen großen Konkurrenzkampf in der Mannschaft auf jeder Position und das brauchen wir. Ja, das war richtig stark. Das hat mich gefreut für die Mannschaft und für die, die nicht so viel gespielt haben bis jetzt. Was kannst du uns denn über Darmstadt sagen? Oder muss man gar nicht über Darmstadt sprechen, weil ihr zuletzt zu Hause sowieso immer gewonnen habt? Ja, klar müssen wir Darmstadt analysieren, aber die letzten drei Heimspiele waren richtig gut und wir mussten einfach weitermachen. Wie wir gespielt haben gegen HSV und Sandhausen war stark und dann, wenn wir das weitermachen, dann können wir auch gewinnen. Was genau habt ihr da so gut gemacht? Ja, wir haben aggressiv verteidigt, schnell nach vorne gespielt, gutes Angriffspressing und wir haben auch einen guten Teamgeist in der Mannschaft und spielt auf dem Platz und das hilft auch. Nachdem in der использовать... taxis t ranges historical t shop ob gel